Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal anschauen, wie wir aus meinem iPad Pro und aus meinem Smartphone mit USB-C Anschluss hier etwas mehr Notebook-Funktionalität herauskitzeln können. Und dazu machen wir uns die Eigenschaften des USB-C Anschlusses ein wenig zunutze, denn damit könnt ihr nicht nur Daten übertragen, sondern natürlich auch Bild. Und was ihr dazu braucht, ist ein solcher USB-C Hub. Ich habe hier den von Novo gekauft mit 6 Anschlussschnittstellen. Welche zeige ich euch später nochmal. Für mich am relevantesten ist aber, es geht über USB-C. Los geht's! Jetzt zuallererst schauen wir uns jetzt einmal die Verpackung an und ihr seht hier drauf schon die große 6. Die gibt die Anzahl der Anschlüsse mit aus, die wir über USB-C nachher mit sowohl dem Laptop als auch mit dem Smartphone als auch mit dem iPad verbinden können. Hier seht ihr nochmal die verschiedenen Anschlüsse, die zeige ich euch aber später auch nochmal am eigentlichen Gerät im Detail. Es sind die wichtigsten mit dabei aus meiner Sicht. USB-C wichtig, Power wichtig und Bildübertragung wichtig. Dann haben wir hier vorne drauf noch so ein kleines bisschen an Informationen, was das Ganze mit sich bringt. Hier seht ihr nochmal die Bildübertragung. Leider nur 4K mit 30 Hertz, nicht mit 60 Hertz. Da müsst ihr dann vielleicht einen Euro mehr ausgeben. Für mich reichen aber die 30 Hertz. Und ansonsten hier noch Informationen zur Datenübertragung und auch zum Laden der Geräte. Auch das ist natürlich wichtig, weil bei vielen Geräten blockiert ihr den einzigen USB-C Port. Deswegen wichtig, dass auch über den Hub dann nachher euer Endgerät wiederum aufgeladen werden kann. Hier unten sind dann noch weitere Informationen, Aluminium, Finish und so weiter und so fort. Aber das schauen wir uns gleich mal nach dem Unboxing am eigentlichen Gerät an. Ja und Unboxing ist natürlich nur in Anführungsstrichen zu sehen, denn da ist nicht viel anderes drin. Zumindest gehe ich fest davon aus. Neben dem USB-C Hub und einer Anleitung von mir aus noch und einer Konformitätserklärung oder sowas, wird da nicht viel mehr drin sein. Wir gucken aber trotzdem einfach mal, was uns hier für unser Geld erwartet. Und zwar haben wir hier einmal tatsächlich, wie gerade eben schon vermutet, eine Art Anleitung. Schauen wir mal, ob die auch auf Deutsch ist. Englisch? Ja genau, da unten ist auch Deutsch. Also insofern, wenn ihr da Bedarf an einer Anleitung habt, liegt diese bei. Und ich habe es hier offensichtlich verkehrt rum ausgepackt. Deswegen drehen wir es jetzt einmal andersrum. Und dann nehmen wir einmal den eigentlichen USB-C Hub hier heraus. Und gucken uns mal an, ob das denn auch dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das sieht doch erstmal gut aus. Ist wirklich super leicht. Also ich bin tatsächlich etwas überrascht, wie leicht das ist. Kabel von der Länge her auch aus meiner Sicht okay. Ja, und die Anschlüsse, die schauen wir uns gleich nochmal separat an. Hier oben dieses Aluminium-Finish, das gefällt mir auch ganz gut. Also es macht auf jeden Fall auf den ersten Eindruck erstmal einen wertigen Eindruck. Auch Verwindungssteif und so weiter. Sieht gut aus. So, dann werfen wir mal einen schnellen Blick auf die Anschlüsse. Wir haben hier zwei Speicherkartenslots. Einmal SD-Karte, einmal Micro-SD-Karte oder TF-Transflash. Das ist ja sozusagen eine alternative Bezeichnung für Micro-SD. Zwei USB-3.0-Anschlüsse, das ist hervorragend. Einen Anschluss zur Stromversorgung. Gucken wir nachher mal, ob das auch von der Kapazität her über das USB-C-Kabel ausreicht. Denn ihr blockiert ja euren USB-C-Port am Handy oder am Tablet. Deswegen ist es wichtig, dass da eine Powerversorgung noch da ist. Und dann haben wir hier natürlich HDMI, haben wir vorhin schon gesehen. 4K können da übertragen werden. So, genug der grauen Theorie. Jetzt probieren wir das Ganze einmal aus. Und deswegen habe ich hier mein Smartphone genommen. Wichtig natürlich, ihr braucht ein Smartphone mit USB-C, Micro-USB oder ähnliches. Funktioniert da in dem Fall nicht. USB-Stick haben wir auch parat. Dann können wir das Ganze einmal ausprobieren. Deswegen jetzt hier unten einmal, genauso wie euer Ladegerät, einfach unten anschließen. Dann lege ich das mal wieder hier in meine Halterung. Na, das hält irgendwie nicht so richtig. So müsste es jetzt gehen. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir den USB-Stick anschließen, ob das Ganze denn auch erkannt wird. Das gleiche gilt dann natürlich auch für die SD-Karte oder Micro-SD-Karte. Klar, das ist dann gleiche Funktionalität. Und jetzt ist er angeschlossen. Und dann sehen wir schon. Ah, perfekt. Okay, das Handy erkennt, dass ein Speichermedium angeschlossen ist. Und das können wir jetzt dann entsprechend auch aufrufen. Ich nehme es mal in die Hand, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Wenn ihr jetzt einfach, das ist aber von Handy zu Handy natürlich unterschiedlich, hier oben drauf geht, dann seht ihr hier schon. Unser USB-Stick ist aufgerufen. Und ich habe da einfach mal hier so eine alte Thumbnail draufgepackt. Also auch das ist jetzt entsprechend da. Und dann seht ihr hier oben auch, ihr könnt über den USB-Speicher jetzt auch auf den Stick zugreifen. Also das heißt, ihr müsst nicht immer oben über die Menüleiste gehen, sondern habt das auch in eurem Dateimanager jetzt drin. Und könnt ihn dann bespielen oder auch Daten herunterkopieren. So, der zweite für mich durchaus relevante Punkt ist, das Ganze dann über HDMI anzuschließen. Vielleicht weniger jetzt mit dem Smartphone. Wir probieren es jetzt mal mit dem Smartphone aus. Aber fast noch wichtiger natürlich nachher mit dem iPad und so weiter und so fort. Weil dann könnt ihr eure Monitore auch ganz normal nutzen. Das macht natürlich durchaus Sinn. So, jetzt seht ihr hier, angeschlossen ist das Ganze. Auf meinem Monitor, den ihr jetzt im Hintergrund nicht sehen könnt, taucht jetzt auch das Bild vom Smartphone auf. Macht natürlich so jetzt nicht so viel Sinn, also in dem Hochkantformat, sondern das müsst ihr dann schon im Zweifel im Querformat nutzen. Oder noch besser natürlich mit dem iPad Pro. Auch damit funktioniert es genauso, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe. Einfach das Ding anschließen, HDMI-Kabel rein und los geht's. So, jetzt schauen wir uns aber tatsächlich auch noch einmal an, wie das Ganze mit dem iPad Pro funktioniert. Denn das ist ja mehr oder weniger mittlerweile ein Notebook. Gerade wenn ihr noch eine Tastatur dazu habt und darüber auch ein Trackpad vielleicht, dann ist das Ganze ja quasi ein Notebook, auch von der Rechenpower her und so weiter und so fort. Und daher ist gerade in dem Anwendungszweck natürlich so ein USB-Hub wirklich Gold wert. Den auch wiederum einfach hier anschließen, genauso wie ihr euer Stromkabel oder sonstige Datenkabel anschließt. Na, so geht's. Und dann taucht schon rechts oben. Okay, er meldet sofort. Wir haben quasi einen entsprechenden Adapter angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal im Dateimanager, ob wir den auch schon auf unseren Stick zugreifen können. Dann, dazu gehen wir mal hier unten rein und dann seht ihr hier im linken Bereich eurer Speicherorte schon, dass da auch unser USB-Stick wieder auftaucht. Und wenn ihr da drauf geht und euch das Thumbnail entsprechend anguckt, dann zeigt das, dass auch hier der USB-Stick natürlich logischerweise erkannt wurde. Also insofern könnt ihr natürlich dann hier auch weiterhin HDMI verwenden, so wie ich es euch gerade schon beim Smartphone gezeigt habe. Macht hier vielleicht sogar noch mehr Sinn und logischerweise auch auf alles andere zugreifen. Wichtig hier nochmal, der einzige USB-C-Port am iPad Pro ist ja jetzt quasi blockiert. Deswegen könnt ihr den Strom dann über diese Schnittstelle hier laufen lassen. Einfach da euer Stromkabel anschließen und dann wird das iPad auch wieder adäquat mit Strom versorgt. Das funktioniert hervorragend. Das leitet zumindest bei meinem Netzteil auch den vollen Satz durch sozusagen. Insofern hat das wirklich hervorragend funktioniert. Und die Erweiterung über USB-C auch am iPad Pro funktioniert mit dem Hub wirklich hervorragend. Geschwindigkeit der Schnittstellen übrigens, alles kein Problem, liegt alles im Standard. So und damit sind wir auch schon durch mit unserer Kurzvorstellung von diesem praktischen Gadget für euer Smartphone. Notebook, Laptop, iPad, keine Ahnung was. Alles was USB-C habt, da könnt ihr das quasi dann anschließen. Die Anschlüsse, die mitgeliefert werden, sind aus meiner Sicht genau richtig von der Anzahl her auch. Das Teil ist nicht zu groß. Ihr habt HDMI mit drin. Das ist für mich ganz wichtig, damit ihr halt einfach auch einen Monitor anschließen könnt. Und es darf halt nicht zu groß und zu schwer sein. Das muss einfach so mal eben mit in die Laptop-Tasche mit rein können. Und das ist auch der Fall. In dem Fall ist es halt super leicht, kompakt. Durch die zwei USB-Schnittstellen hat man genug und ausreichend. Qualität ist gut. Was ich mir noch gewünscht hätte, ist vielleicht so ein kleiner Aufroller oder ähnliches für das Kabel, wo man das so einklipsen kann. Das wäre noch ganz praktisch gewesen. HDMI, da hätte ich mir tatsächlich auch noch gewünscht. 4K, 60 Hertz wäre toll gewesen. Kostet aber im Zweifel nochmal ein paar Euro mehr. Also insofern, für mich ist das Ding hier super praktisch und vor allen Dingen auch in der Funktionalität mehr als ausreichend. Die Geschwindigkeit der Schnittstellen ist absolut in Ordnung. Gibt es nichts dran zu mäkeln, könnt ihr ohne weiteres verwenden. Insofern passt das Ding für mich sehr gut. Preis, zu dem ich es gekauft habe, 26 Euro. Aus meiner Sicht gibt es da nichts zu beklagen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer am Ende, Alexa, Kamera aus. Okay.